Sehr geehrte Damen und Herren, geneigte Zuschauer und Zuhörer, herzlich willkommen bei der Firma Worftel. Heute möchte ich Ihnen die Limpen vorstellen, unser kompaktester, größter Dreiwege-Lautsprecher, den wir im Programm haben. Ganz neu vorgestellt und ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch in Zukunft noch einige hohe Wellen schlagen wird. Hallo und herzlich willkommen zurück in der Zukunft. Mein Name ist Christian von HiFi Schmitz aus Koblenz. Und ich muss sagen, es waren wohl weise Worte meines Vorgängers, denn hier haben wir den Nachfolger, die Linten 85 Jahre Jubiläums-Edition von Worftel. Und was sie genau kann und ob sich da was geändert hat, das schauen wir uns jetzt mal im Video an. Es gibt ja immer wieder so ein paar Produkte, die sich hier bei uns im Studio treffen, die so einen gewissen Flair, ein gewisses Charisma mitbringen. Und das muss man sagen, das findet man hier bei der Linten definitiv. Als wir das erste Mal davon gehört haben, dass es eine Neuauflage von dieser Serie gibt, wollten wir die natürlich auch umgehend hören. Und das Erste, was einem tatsächlich, wenn man die auspackt, so entgegenstrahlt, ist einfach dieses wirklich unglaublich wertig verarbeitete Echtholzfurnier, was sauber um die Kanten gelegt ist. Das macht wirklich Spaß, den Lautsprecher direkt auszupacken. Und er wird mit Sicherheit nicht in jedem Wohnzimmer stehen, weil er eher schon sehr speziell ist. Aber da, wo er steht, er macht Spaß, kann ich schon mal vorweggreifen. Es ist ein englisches Maß, also das war früher schon immer so gang und gäbe. Das kennt man mit Sicherheit für die Zuschauer, die schon ein paar Jahre älter sind. Das war normal in den 70er, 80er Jahren. Hat sich dann so ein bisschen verworfen, weil der Lautsprecher weiß nicht so genau, ist er jetzt ein Stand-Lautsprecher oder ist er ein Kompakt-Lautsprecher. Man braucht also quasi letztlich den Standfuß, der von Wurftel auch mitgeliefert wird, also nicht im Lieferumfang dabei, aber optional angeboten wird. Und der ist genauso hochwertig und genauso exquisit verarbeitet wie der Lautsprecher selbst. Was wir da noch für ein schönes Schmankerl haben, wenn wir den nutzen, zeige ich euch gleich. Ansonsten sieht man hier einen klassischen Drei-Wege-Aufbau und die technischen Details, da schauen wir jetzt mal hin. Ein Blick unter die Abdeckung zeigt uns den Drei-Wege-Aufbau des Lautsprechers. Unten fangen wir an mit einem 8-Zoll-Tieftöner, 5-Zoll-Mitteltöner und einem 1-Zoll-Hochtöner. Natürlich sind wir da auch auf dem neuesten Stand der Technik der benutzten Materialien, das heißt Tief-Mitteltöner sind wir in eingefärbten Kevlar-Membran. Oben haben wir einen Seidenkalotten-Hochtöner. Wenn wir uns das Frequenzspektrum anschauen, geht der Linden sehr tief runter, geht also mit dem Bass-Extension bis auf 35 Hertz runter. Auf der Rückseite unterstreichen zwei Bass-Röhren, tatsächlich auch den wirklich ordentlichen Tiefdruck und Tiefton, den der Lautsprecher hinbekommt. Wir haben 90 dB Wirkungsgrad, das muss man sagen, ist natürlich enorm. Hier können wir einfach mit einem Verstärker oder ähnlichem, der nicht so stark unterwegs ist, nicht so potent, sprich einen Röhrenverstärker zum Beispiel, das Ganze wirklich gut zum Klingen bekommen. Auf der Rückseite befinden sich neben den Bass-Reflex-Öffnungen noch zwei wertige Lautsprecher-Terminals. Hier können wir dann mit unseren Kabelschuhen, Bananas oder natürlich mit dem normalen Lautsprecherkabel direkt in den Lautsprecher hineingehen. Unter dem schönen Holzfurnier befindet sich ein MDF-Materialmix, der von Worfdale entwickelt wurde, um dem Linden eine richtige Standfestigkeit zu geben und natürlich Eigenresonanzen zu minimieren. Kommen wir zur Essenz des Ganzen, nämlich das Klangbild. Wie klingt dieser Lautsprecher? Also man muss hier schon wirklich sagen, Worfdale hat mit dem Heritage-System einen großen Wurf gelandet. Kann man nicht anders sagen. Beste Aufstellpositionen sind ungefähr zweieinhalb, drei Meter vom Hörer entfernt. Das Ganze ein bisschen auf den Hörplatz eindrehen und ich bekomme eine unglaublich große, dynamische Bühne dargestellt. Er ist druckvoll, er geht richtig schnell ans Werk. Er schiebt untenrum, aber jetzt nicht überdimensional, dass man sagt, man hat jetzt hier einen Bass, der eigentlich gar nicht dahin gehört. Das nicht, sondern es ist vielleicht auch so ein bisschen der Zeit angepasst oder der damaligen Zeit angepasst und entnommen. Es war immer ein bisschen weicher, ein bisschen runder, der Klang der 70er, der 80er. Und das hat hier natürlich mit den neuesten Membranen einfach in die Neuzeit gehoben. Und das macht echt Spaß. Also egal, ob ich jetzt Klassik höre oder Elektro oder sonst irgendwas, der Lautsprecher geht richtig ran, macht richtig Spaß, gibt Feuer. Und das muss man sagen, das hätte ich jetzt überhaupt nicht in diesem Preissegment erwartet. Und da kommen wir jetzt zu was, was ich wirklich so ein bisschen herausstechend empfinde. Zum 1.11.2021 musste auch hier oder muss eine kleine Preisanpassung angenommen werden. Die moderate Anpassung beläuft sich auf 1200 Euro. Das bedeutet aber nicht das Stück, sondern für das Paar. Und ein Lautsprecher für 600 Euro mit dem Gesamt, sag ich mal, Fundament, was hier geboten wird, das ist schon wirklich enorm. Ebenso toll ist der Standfuß. Massiv verarbeitet, auch hier eine moderate Preisanpassung, 200 Euro das Stück. Das heißt, ich bekomme das gesamte Ensemble, so wie es hier steht, für 800 Euro mal 2, 1600 Euro dargeboten. Das muss man erstmal schaffen, muss ich tatsächlich sagen. So aus dem Bauch heraus würde mir jetzt kein großer Lautsprecher einfallen, der da Paroli bieten könnte mit den Ausstattungsmerkmalen. Da muss man schon auf die Suche gehen. Also da hat Worfdale ganze Arbeit geleistet. Und das kleine Schmankerl, was ich eben angesprochen hatte, ist, wenn ich denn Vinylhörer bin, kann ich den Standfuß hier unten direkt auch noch als Auflageort für meine Platten benutzen. So bekommt das Ganze noch ein bisschen mehr Vintage-Optik dargestellt. So, damit sind wir am Ende angekommen. Ich hatte viel Spaß beim Hören dieser Lautsprecher, ihr auch hoffentlich beim Schauen dieses Videos. Falls ja, lasst ein Like da. Falls ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt mit unseren Videos, gerne den Kanal abonnieren. Und vielleicht sieht man sich ja hier bei uns bei einer schönen Tasse Kaffee, dann können wir das gerne hier aufbauen, hören das. Oder wir kommen zu euch nach Hause und probieren das Ganze da aus. Bis dahin, bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss. Schmitz HiFi. Aus Liebe zur Musik. Da muss ich echt konzentrieren, dass du nicht umkippst. Geht los? Ja. Mach mal. Es gibt ja immer wieder Produkte, die haben ein eigenes Flair, so eine eigene Besonderheit. Und ich fange nochmal an. Hier unten haben wir einen 8 Zoll Tieftöner, 3 Zoll. Auf der Rückseite haben wir zwei große Bassreflex-Lautsprecher. Das unterstützt oder untermal. Ja, was noch zu sagen ist, der Unterbau dieser schönen Folierung. Das ist keine Folierung. Gut. Gut. Ja, kommen wir zum... Dein Kabel hängt runter, sorry. Das ist ein richtig toller, kleiner Lautsprecher, der... Das ist wie ein Fahnen verloren. Mir hat es viel Spaß gemacht, so ein Produkt zu hören und natürlich auch mal anzufauen. Das gibt es doch nicht. Ich hoffe euch auch. Und wenn ja, dann lasst doch einfach ein Like da oder abonniert sogar den Kanal. Also, wie immer kommen wir zum Ende. Es hat viel Spaß gemacht. Und... Also, da sind wir schon wieder am Ende angelangt. Mir hat es viel Spaß gemacht, so ein Produkt zu hören, zu sehen, zu fühlen. Schmitz HiFi aus Liebe zur Musik.